Die Symphonie aus der Neuen Welt von Dvorak ist eine der berühmtesten Symphonien des Repertoires. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass so viele Gefühle in dieser Symphonie Gefühle sind, die wir selbst gut kennen und mit denen wir uns gut identifizieren können. Dvorak hat sie ja in New York geschrieben, als er Direktor des Konservatoriums war. Und natürlich ist die Symphonie voll von Heimweh. Wir alle kennen das Gefühl Heimweh. Sie ist aber auch voll von Stolz, weil Dvorak auf dem Höhepunkt seiner Karriere gestanden hat damals. Und diese Musik, die so viele Gefühle hat, die wir selbst an uns kennen und in uns wiedererkennen, berührt einen natürlich sehr tief. Und ich glaube, das ist deshalb eines der Gründe, dass die Neue Welt Sinfonie eines der berühmtesten Stücke im Repertoire ist. Das ist ganz schön. Ich habe natürlich in Amerika oft Heimweh nach der Flensburger Förde und nach meinen dänischen Freunden. Aber ich bin jetzt doch öfters hier, weil meine Tochter geht auf die Schule in Luisenlund bei Schleswig und mein Sohn geht in Sönerburg aufs Gymnasium. Also ich bin jetzt öfters hier.